Was sind wichtige Fähigkeiten für ein erfolgreiches Studium? Fliess, Ehrgeiz und Durchhaltefnung. Motivation. Gutes Gedächtnis. Sicher mal Fliess und Interesse. Gutes Gedächtnis. 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 Optimier deine Netzfähigkeiten mit folgenden Tipps. Spann mit motivierten Kommilitoninnen und Kommilitonen zusammen. Führ keine negative Selbstgespräche. Mach dir regelmässig bewusst, für was du dankbar bist. Und natürlich lach viel. Schneide deine Aufgaben in Stückchen. Und dann definiere einen Plan, wenn du welches Teilziel erreichen willst. Hey, gutes Selbstmanagement ist lernbar. Auf Wiedersehen.